Was ist die Wiesn? Wie ist die Wiesn? Wie ist die Wiesn? Ja, das sagen viele, dass es Teil geht. Das ist aber auch immer ein bisschen altklug. Ich bin jetzt 35, als ich wirklich aktiv auf die Wiesn gegangen bin, ging das ja schon los, dass das in wurde. Deswegen sind wir auch gegangen. Klar war weniger los. Es ist schon sehr überlaufen jetzt. Aber mein Gott, das ist halt so. Alles ist überlaufen. Mich stört das nicht. Ich bin immer noch gern auf der Wiesn. Ich geh halt nicht am Wochenende. Es gibt ja Leute, die gehen. Der Harry zum Beispiel geht auch mit Fleiß am Wochenende. Ich mag das nicht, wenn es überfüllt ist. Aber dann geh ich halt am Montag, Nachmittag. Ist mir wurscht.